Er hat sich einen großen Namen gemacht, der Beatles und ist mittlerweile einer der renommiertesten Jazz-Jazz-Fachleute der Welt geworden. Er reichnet sich für heute Abend verantwortlich. Bitte begrüßen Sie mit mir Mike Hennessy. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Applaus 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 Subtitelt means The Wizard of Time Which is what Louis Armstrong is He's the Wizard of Time He showed all of us that the trumpet could go beyond certain registers This is my dedication to him The Sorcerer of Antiquity The Wizard of Time 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 The Wizard of Time